Der Schritt in die Selbstständigkeit war grundsätzlich ganz einfach, weil mit K-Kiosk war es wirklich simpel, sich selbstständig zu machen, weil ich vom K-Kiosk auch immer gut beraten und betreut wurde. Auch sehr positiv finde ich, dass ich meine eigenen Verdienste durch meine Leistung beeinflussen kann. Das ist für mich auch ein sehr wichtiges Kriterium. Und ich habe trotzdem eine tolle Unterstützung von Valora, weil ich auch einen Berater, der mir zur Seite steht, einen VL, der mich in wichtigen Fragen unterstützt und beratet. Und das finde ich toll. Ich kann mir die Arbeitszeit selber einteilen. Ich bin viel zufriedener als vorher, als ich noch als Geschäftsführerin gearbeitet habe. Zum Glück habe ich einfach auf meine innere Stimme gelassen und habe das gemacht.